Dieses Video ist speziell für Einsteiger im Tabletop-Hobby und Geländebau gedacht. Denn in den folgenden Minuten zeige ich Euch eine Auswahl von Geländestücken, die besonders einfach zu basteln sind. Dazu verlinke ich Euch in der Videobeschreibung ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen, so dass Ihr die Tutorials direkt finden und mit dem Nachbauen starten könnt. Und damit Moin Moin und Herzlich Willkommen zum TWS! Ein allgemeiner Tipp noch vorab, das TWS-Archiv umfasst mittlerweile weit über 500 Videos. Der schnellste Weg, um aus dem Stehgreif ein bestimmtes Tutorial zu finden, ist die YouTube-Suchfunktion. Gebt einfach TWS plus ein Stichwort ein, schon bekommt Ihr passende Anleitungen angezeigt. Zum Beispiel TWS-Hütte, TWS-Wasser, TWS-Turm, TWS-Spielplatte und so weiter. Oder geht auf den TWS-Kanal und gebt Euer Stichwort dort in die Suche ein. Deckungen für Eure Spielfiguren und kleine Sichtblocker sind besonders schnell und einfach zu bauen. Je nach Spielsystem kann das beispielsweise ein moderner oder rustikaler Zaun sein, oder eine Barrikade aus Schrott-Teilen. Auch Hecken und kleine Mauern sind wirklich fix gebastelt. Links zu vielen besonders einfachen TWS-Tutorials findet Ihr in der Videobeschreibung. Unwegsames Gelände ist ein weiterer Easy-to-Build-Klassiker im Tabletop-Hobby. Denn egal, ob Matsch oder Sumpf, Krater oder Waldstück, eine handgroße Fläche zu gestalten, ist kein Hexenwerk und eine prima Übung, um sich nach kleinen Sichtblockern langsam an größere Projekte zu wagen. Erhebungen wie kleine Inseln, Hügel oder gar Berge passen ebenfalls perfekt auf die meisten Spieltische. Oft genügen dafür bereits nur ein Stück Hartschaum und ein scharfes Messer. Oder Ihr zupft Styropor auseinander und bestreicht die Außenseiten mit Spachtelmasse. Mulch aus dem Gartenfachhandel und Korkrindenstücke lassen sich ebenfalls gut verwenden, um beispielsweise schroffe Hügel oder Vulkanoberflächen zu gestalten. Bevor Ihr Euch irgendwann ans Basteln eines größeren Gebäudes wagt, fangt doch einfach mal mit einer Ruine an. Denn bei kaputten Häusern kommt es schließlich nicht auf Genauigkeit und maßstabsgetreues Basteln an. Im Gegenteil, ein paar Ziegel aus Hartschaum genügen bereits, um kleine oder größere Geländestücke zu basteln. Übrigens, die Hartschaumziegel müssen hierbei nicht zwingend mit einem Heißdrahtschneider zugeschnitten werden. Ein scharfes Cuttermesser reicht völlig aus. Und wer es lieber intakt statt kaputt mag, kann mit günstigen Bastelmaterialien ebenfalls schnell zu einem Eigenheim kommen. Ob Piratenhütten aus Baiserholz, Sci-Fi-Gebäude aus Schaumpappe, Nissenhütten aus Bastelpappe oder mittelalterliche Türme aus Hartschaum. In der Videobeschreibung findet Ihr etliche Links zu besonders einsteigerfreundlichen Gebäude-Tutorials. Übrigens, wer Tutorials in Buchform sucht, wird ebenfalls in der Videobeschreibung fündig. Ich wünsche Euch viel Spaß beim Basteln und wir sehen uns dann nächsten Freitag zum nächsten TWS-Video. Bis dann!